Cockpit bei dir. Ja. Ja. Ich hab's kurz aufgegangen. Ich krieg auf den Sack. Von wem? Wo ist denn hier jemand? Alter Glaze, wie sieht denn der mich? Glaze ist auf dem Flügel. Alter, krass. Was hast du jetzt gemacht? Double Pistole mit Schrift. Willst du mich verarschen? So, und jetzt würde ich mich langsam zurückziehen. Mach ich auch. Boah!